Da unten war ich noch nicht. Hm. Ob das da eine Falle ist? Hey! Hm. Stirbt doch einfach. Au. So. Okay. Nein, das ist bestimmt keine Falle. Doch. Ist eine Falle. Summer. Trink was. Summer. 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 Was ist denn das hier? Das werden ja auch immer mehr Gegner. Ja. Wo kommt der denn hier? Hey. Nee. Hm. Sonst gab's hier nix. Nee. Dann müssen wir tatsächlich da drüber. Äh, da drüben. Einmal hin. Äh, wie kommt man denn jetzt hier einfach rauf? So, ja. So, ich wollte aber auch nicht mehr lang machen hier. Ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Nein! Das war jetzt irgendwie ein Fehler. Hey, ich kann ihn ja einfach mit dem Pfeil abschießen, den Jungen da oben. Ja, super. Aber du hast gerade keine Pfeile, weil dein Bogen da gerade quasi als Platzhalter fungiert. Autsch. Das war jetzt komplett daneben. Ja. Halt. Doch. Das war's dann. Na? Kommt da noch irgendwo einer? Ach nee. Hier war ich ja schon. Au. Lass das. Nee, ich hab keinen Bock auf euch. Ah! Ah! Das füllt auch nicht mehr alles auf. So, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Der Controller vibriert auch dabei so schön. Äh. Halt. Nicht zu weit laufen. Und einmal zurückholen. Ich frag mich, ob ich mit Double Jump hier auch oben irgendwo raufkomme, um dann quasi abzukürzen. Weil im Endeffekt, hier oben gibt's einen Bereich, den kann ich noch nicht sehen. So gut. Nö. Schade, dass da an der einen Wand so Stacheln sind. Sonst hätte man diesen Trick anwenden können. Ja, jetzt, jetzt sehe ich dich, du blödes Viech da unten. Hm. Okay. Da ist ein Baum. Nein, da kann man dran klettern. Cool. Cool. Der Gute und der Böse eh voll. Nein. Nein! Natürlich. Ich falle auch genau. Haha. Idiot. Depp. Aber hier kommt man noch ohne Fähigkeiten rüber. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, noch nicht diesen, diesen Turbo Jump hat. Ja. Aber hier kommt man definitiv. Baum. Baum. Baum, 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 Baum. Uh. Bäumchen. So. So. Ansonsten. Lustige Sachen, die man mit, äh, mit diesem komischen Jump machen kann. Aber hier geht's ja nicht weiter nach oben. Hier gibt's nur ne Tür. Oh. Summa-Baum. Okay. Mo. Moment mal. Wir sind quasi auf der anderen Seite von dem jetzt, oder was? Da komm ich nicht rauf, oder? Ne. Da komm ich nicht rauf. Au. Ach ja, stimmt. Da ist ja dieses Kletter-Ding. Warum kann man hier links klettern? Hier ist aber nix. Aber der Vogel zwitschert. Als wenn hier irgendwas wäre. Hm. Als wenn man hier quasi weiterkommen würde. Ach, die Viecher spawnen da, oder was? Hm. Hm. Aber ich frage mich, da kommt man auch weiter. Wo komm ich hier hin? Also da oben komm ich nicht rauf. Definitiv nicht. Ich komm hier halt nur rauf, weil ich diese Fähigkeit habe. Aber hier, doch, da komm ich rauf. Da ist irgendwas. Und hier ist auch was. Schade, dass da nichts weiter ist. Kein Secret. Nö. Okay. Warum glitzert das da? Da ist ja irgendwas. Oder sind das die Viecher? Das sind die Viecher. Die simulieren quasi irgendwo einen Schatz. Und dann ist da gar keiner, oder was? Was ist das da im Hintergrund? Also echt. Da ist ein Schatz. Was ist das? Sammelgegenstand erhalten. Der Untergang der Hyrkania. Was? Hyrkan? Der Untergang von Hyrule. So. Ich kann nicht verstehen, was mit uns geschehen ist, seit sie von den Sternen kamen. Unser Volk lebte in Harmonie. Wir verehrten die Waldgeister und Schamrosch, den Beschützer des Sommerbaums. Seit Anbeginn der Zeit flüsterte er durch die alten Zypressen und gewährte uns seinen Schutz und seine Führung. Doch dieses Idyll wurde zerstört, als ein außerweltliches Wesen vom Himmel stürzte und einen merkwürdigen Beifall mit sich brachte. Oh. Ah, kriegt Ubisoft. Seit ihrer Ankunft war der Wald nicht mehr schön oder lebendig, nur noch tödlich und furchterregend. Seine hellen und paradiesischen Farben künden jetzt von Tod und Untergang. Am Anfang war es nur ein Flüstern. Es sprach von der Macht dieses Wesens und versprach ungeahnte Geheimnisse und unvollsterberstellbares Wissen. Meine Freunde und Nachbarn, einst gütig und sanft, fielen ihrer Verführung zum Opfer. Nacht für Nacht wurde die Luft, die wir atmen, vom Gesang ihrer Weisheit verpestet. Ich bin als Einziger übrig. Äh, als Einzige? Sorry. Ich muss mit ansehen, wie sich ihre Verderbnis weiter ausbreitet. Sorry, ich hatte einen Kulost im Hals. Und die Herzen und Gedanken, die ihre einnimmt, die ich liebe. Selbst Shamrosch ist verschwunden. Ich betete für seine Rückkehr, doch meine Stimme erscheint in dichten Geäst des Waldes zu verlieren. Also sich. In der dunkelsten Stunde, als alle Hoffnung verloren scheint, ruft sie nach mir. Wer ist sie? Ihre Stimme, ätherisch und schrecklich, lockt mich tiefer in ihre mystischen Abgründe. Die Bäume flüstern mir Geheimnisse zu. Ihre verzerrten Äste deuten auf den Weg, den sie für mich vorgesehen hat. Heute erkenne ich mich nicht mehr wieder. Heute ist ihr Lied zu laut. Ich kann es nicht mehr ausblenden. Ich muss einsehen, dass sie triumphiert hat. Mein geliebtes Dorf ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Dies ist meine Warnung. Geht nicht in den Wald! Verlasst diesen Ort! Bevor ihr euch verzerrt! Niemand kann sie aufhalten, denn sie ist vom Himmel gekommen! Ähm, ah, gezeichnet Ava. Erste Tochter von Rakshan Anführer der Hülianer. Oder so. Okay. Der Vogel zwitschert noch. Ah! Danke, kleiner Vogel. Haha. Ein Secret. Nice. Sag mal. Die verstecken sich. Ihr kleinen Penner. Ja, hat der Vogel mir doch gesagt, dass da tatsächlich ein Secret versteckt ist. Das war jetzt echt nice. Ja, hier. Dir geht es weiter nach oben. Schade, dass man da nicht irgendwie hinkommt. Hier war ich auch noch nicht. Ich gucke erst mal, was ganz oben ist. So. Aber lang kann ich heute auch nicht mehr machen. Weil, äh, hallo, guck mal auf die Uhr. Also ich habe jetzt höchstens noch... Pff, weiß nicht. Wie viel habe ich noch? Hier kommt man tatsächlich auch hoch ohne, ähm, Double Jump und sowas. Double Jumper. Ich hoffe ja, dass es irgendwann mal einen Double Jump gibt. Okay. Wo komme ich denn hier raus? Oh, was? Grube der ewigen Sande? Nee, das ist die Mission. Äh. What the fuck? Au. Alter. Ich gehe jetzt erst mal weiter. Bevor ich hier irgendeinen dämlichen Baum niederschnetzel. Will ich erst mal wissen, was hier ist. Da komme ich auch nicht rauf. Das ist auch zu hoch. Das hier ist so... Oh Gott, was ist das? What the fuck? Okay. Ähm. Das ist ein komischer Baum. Soma-Baum. Okay, der Soma-Baum redet nicht. Okay. Das ist der Soma-Baum. Den kann ich also auch anbeten. Oop. Ein Teleporter. Juhu. Yes. Schnellreisefunktion. Muss ich den eigentlich einmal aktiviert haben? Oh, okay. Ah, da drüber ist auch was. Haha. Wenn man rauszoomt, blendet das versehentlich nicht aus. Oh nein. Das sieht hier so... Ach, nö. Oh nein. Jetzt zwei von denen. Oh. Schnitzel doch. Nein. Hoffentlich ist es nach denen zwei ein Schluss. Okay. Was gab's hier jetzt? Gab's hier irgendwas? Das war nämlich wie so ein Boss. Upp. Okay. Öh, die wachsen nach. Soma, was ist denn das hier? Hallo? Tanzt der da? Boah. Boah. Äh, wer bist du denn? Ich bin froh, dass du hier bist. Kennst du meinen Vater? Äh, nein. Nein, aber du kommst mir bekannt vor. Wie ist dein Name? Varam. Äh, Momentchen mal. Varam. Verstehe. What? Das ist... Hallo? Dieser Ort. Die Terrassenstufe. Die Fußwege. Das alles ist mir vertraut. Doch alles ist kaputt und seltsam. Lieber kleiner Varam, äh, wenn wir uns später mal treffen, sei nett zu mir und verprügel mich nicht. Das ist ein realer Ort, auf dem ein Fluch lastet. Jupp. Bin ich verflucht? Ja, definitiv. Ich weiß es nicht, aber keine Sorge. Wir finden Antworten. Und du, Reisender, wie heißt du? Sargon. Es ist schön, einen Freund zu haben, Sargon. Hehehehe. Du wirst mir hintergehen, du blöder Junge. Ups. Weg ist er. Okay. Da ist irgendwas. Oder? Ja. Da geht's weiter und da ist eine Tür. Wupp. Och, nö. Was ist das denn hier? Da ist wieder sowas. Da ist wieder sowas. Mist. Okay, also. Erst abschießen, dann raufhüpfen. Da ist noch so eine Tür. Na toll. Ne? Treff doch. Ach, sag mal. Okay, also hier kommt man nicht weiter, weil hier sind diese komischen verschlossenen Türen. Weil das habe ich ja schon mal gesehen. Äh. Wie komme ich da wieder raus? Ist die Frage. Ich komme hier nicht raus, oder? Äh. Äh. Liebes Spiel. Ist das ein Deadlock? Weil ich kriege die Tür hier nicht auf. Moment. Hä? Wie bin ich denn da durchgekommen? What? Hä? Momentchen mal. War da oben nicht gerade eine Tür? Oder komme ich da nur von der anderen Seite aus durch? Okay. Äh. Da bin ich jetzt gerade verwirrt. Au ab. Da bin ich jetzt gerade echt verwirrt. Warum kam ich da denn jetzt durch? Äh. Okay, hier geht es nach links und rechts. Diese Viecher, die immer aus dem Nichts kommen. Hä? Ja, hier geht es weiter. ALys. ostte Drei. själv. Driht-O should nema組繫! Ver, gut, ja, ich weiß Professor! Und ich spreche dasג travels. Drei. Drei. US Haha. Chiar suicide. HelIC logging Teleetrie.